Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grandia 2. In der letzten Folge sind wir aus Walmars Moon entkommen und haben leider Marek verloren und in der letzten Folge auch Millenia. Sie sind von uns gegangen. Sie singen auch die Musik im Hintergrund. Ja, wie ihr seht, können wir das mal alles aufpushen, was zu pushen geht. Oh, ich will schon mal kurz aufpushen. Wir haben nichts mehr. Den können wir auf Max machen. Das. Ja, das ist der da einfach. Verlust. Ja, das schöne Mann, hier ist noch was. Gazap. Hey, Gazap ist aus Kandier 1. Cool. Oh, da waren wir da gar nichts. Da bekommt Rowan das ähm Kravity Egg genau King's Bride, was für ein Sanjetegg Achtung Dählich Aufstehen Was ist da? Ich noch ein bisschen näher. Was war also für Stammel? 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 Was war auch für Stammel? Was ist- Wirdl? Something's wrong! There is- What is it? Wirdl? Wirdl? M-My arm achts! Das ist die Gaia, ey. Ich find grad die 1. Was? Eek! Oh my god. Waaah! Let's jetzt get up. Dammit! Where the hell are they coming from? It is too... The power of Wymo? What the hell isn't these days? It doesn't matter. Move it! Oh stars above, please listen to my voice. Oh stars above, please listen to my voice. There's no way he is. Aisa... Duik! 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 Das ist Drakontov. Oh, und kommt hier ein. Boom! Titanic Blast! Titanic Blast! Boom! Spitz! Das ist jetzt wie Grandier 1. In Silpardon. Oh, ja, da kommt statt zu stürzen, der Monster. Komm, das ist genau, das ist die Stelle. Da geht's. Boom! Oh! Oh! Wow! Oh, ich glaube, ich möchte mich. The dead shall rise to the throne of judgment. It is all the Holy Box says. The final judgment is upon us. Also say the Grandis was sleeping. Elena, forget that damn book. It won't happen. I won't let it happen. My mother, is she dead? Dear, you must leave this place. But I can't just leave my mother behind. It is dangerous here. Come this way. Hm? Punkt. Woah! Watch out! Stop it! Stop it! Mother! Mother is... No! 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 I'm sorry. There was nothing that could be done. My brother. My brother, I am more like you than you believed. Will you know? Wow! No! How many times? Must we act out. This damn evil patron? I never forgive them. No one forgive. It is dangerous for a U-U-U to be here. You must leave this town. Vorher noch wie Melfis wird. Ich hätte eigentlich nicht die Kurve gebraucht, aber es ist sogar noch höher. Ich hätte eigentlich nicht die Kurve gebraucht. Ich hätte eigentlich nicht die Kurve gebraucht. Ich hätte eigentlich 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 die Kurve gebraucht.